schön dass ihr wieder eingeschalten habt ich habe heute ein verhältnismäßig kurzes video vor euch zu präsentieren wo ich nur so ein paar dinge anmerke die halt in letzter zeit passiert sind und die ich jetzt einfach mal loswerden will und da fangen wir gleich mal an und die erste sache die kam gleich heute morgen von einem freund der hat nämlich gefragt wenn du machst ja gerade nicht so viele videos und ich verpasst dann auch noch mal das ein oder andere oder sehe das dann erst viel viel später obwohl ich das gerne gleich sehen würde kannst du nicht eine e mail schicken wenn du kannst du das nicht so einstellen bei youtube dass eine e mail kommt und ich habe mich dann schlau gemacht und der markus hat freundlicherweise dann auch prompt geantwortet und hat gesagt nie es wenn nicht du also ich muss etwas tun sondern ihr ihr da draußen können etwas tun und wenn ihr das nicht kennt dann ist das eben mein kleiner tipp für euch geht auf die sozusagen kanal seite die abonniert habt da habt ihr irgendwo den abo link dass da ist das häkchen dran und nebendran ist ein rädchen und jeder weiß was dieses rädchen hoffentlich bedeutet einstellungen und da klickt ihr mal drauf und jetzt seht ihr schon was ihr machen müsst ihr braucht hier nur einen haken setzen das ganze abspeichern und schon bekommt ihr wenn ein neues video von mir rauskommt eine e mail das solltet ihr aber ehrlich gesagt mein tipp nur bei kanälen machen die eben wenig videos bringen stellt euch mal vor ihr macht das bei allen kanälen das könnte beim ein oder anderen kanal dazu führen dass ihr jeden tag etwas bekommt bei 30 kanälen die teilweise jeden tag ein video hochladen sind das 30 e mails ihr geht 14 tage in urlaub habt vielleicht kein gutes internet schaut euch eh nichts an ruft keine e mails ab ihr wisst was euer postfach sagt es ist voll und ihr habt dann keine lust mehr auf diese e mails also sucht euch die zehn wichtigsten kanäle raus das ist mein tipp und so habe ich das übrigens auch gemacht kanäle die wirklich selten was bringen die aber etwas bringen was mir persönlich sehr wichtig ist dass ich es sehe die habe ich auf die art und weise jetzt gekennzeichnet nächster punkt nächster punkt ein sehr sehr wichtiger punkt bei mir ist ich möchte oder habe ja mir eine sony gekauft nun da möchte jetzt gar nicht viel dazu erzählen aber ich hatte die ganze zeit kennen und ich habe verdammt viel kennen sachen und die stehen ja alle größtenteils neben mir noch auf dem tisch weil gestern habe ich hier ein paar fotos gemacht und deswegen fühle mich auch mit der legria weil ihr seht mich nur ja bis hier und zehn zentimeter tiefer fängt mein tisch an der voll steht mit irgendwelchen kram ja lange rede kurzer sinn es gibt auf meiner facebook seite foto facebook seite link wie gesagt da unten in der beschreibung da gibt es festgepinnt eine liste mit den dingen die ich verkaufe und vielleicht ist das eine oder andere da für euch dabei natürlich habe ich nicht vor sachen zu verschenken aber ich habe wirklich bei den preisen geschaut was ist denn da draußen am markt ich sage jetzt mal üblich und je nachdem wie gut und wie schlecht ist etwas in sozusagen in schuss ja und auch wie selten ist manches also da gibt es wirklich sachen die sind seltener und ja wer da interesse hat rein schauen ich lasse auch mit mir handeln ja wenn jemand sagt hey ich bin student und 20 jahre alt und so viel geld habe ich nicht okay reden wir mal aber das machen wir privat und wie gesagt schaut mal rein es gibt auch eine vollformat kamera die ist zwar ein bisschen älter die wird jetzt zehn jahre alt ich habe sie allerdings erst ich glaube 2008 gekauft und 2012 war es glaube ich durch die 5d mark 3 ersetzt das heißt die hat gar nicht so viele auslösungen gut das soll es gewesen sein für den kennen kram ist noch zwei sigma objektive dabei meldet euch einfach gut makro makro ist natürlich bei mir zurzeit ein thema wobei ich auch demnächst mal wieder ein people shooting habe makro objektive da habe ich hier auch so ein paar sachen stehen und ja da wird eben das eine durch das andere ersetzt das bedeutet nicht dass das eine objektiv wirklich super schlecht ist aber vielleicht dann ja an der sony mit 42 megapixel nicht mehr wirklich die leistung bringt auch hier wird es also eine liste demnächst geben sollte da jemand interesse haben und sagen ich würde mich dafür interessieren ein objektiv zu haben und das wird wahrscheinlich ein objektiv sein was zehn zu eins kann der darf mir auch schreiben ich kann dann sagen hör zu dass und das brauchst du das musst du dir besorgen dann kannst du damit arbeiten dann seht ihr selber ob das geht ansonsten es gibt natürlich andere gruppen wo makro fotografen sind die das dann interessiert aber für euch möchte ich das einfach mal ankündigen es könnten wirklich zwei oder drei objektive da bei mir rausgehen die eben für mich und auch an der sony für mich unpassend sind reden wir einfach das machen wir am besten über facebook also auch auf meine seite klicken wer nicht bei facebook ist der muss mir über google plus schreiben das geht natürlich genauso denn der account bei mir hier von youtube ist er mit einem google plus account verknüppelt ja wie auch immer in den kommentaren hier unter dem video möchte ich da aber bitte keine diskussion haben makro fotografie habe ich noch etwas ich habe ja schon in den letzten beiden videos gesagt dass ich hier mit so led lampen solchen da sieht man es auch noch mal moment ja ich denke mal ihr seht dass ja solche panels da sind jetzt 9 leds drauf diesen wirklich schön hell dass ich damit gute ergebnisse hinbekommen habe auch am üben bin aber dass ich auch durch eindringliche beratung gelernt habe ich muss meinen workflow umstellen an der stelle möchte ich nur alex sagen der sich ja der mich fast verprügelt hätte wahrscheinlich wenn er vor mir gestanden wäre dass ich so beratungsresistent war aber an der stelle sei nur gesagt alex ich gehöre zu den menschen die einfach nicht sagen oder gesagt haben wollen mach das so so und so und dann wird das was sondern ich möchte wissen warum und du weißt was ich dir gesagt habe nachdem du mir ein link geschickt hast und ich dann den gelesen habe was da steht das ist teilweise sehr schwere kost gewesen aber ich habe es daraufhin akzeptiert dass mein weg ein fehler war und das ist auch glaube ich eine kleine stärke von mir dass ich ja schuld mir auch eingestehe und sagt hey da habe ich scheiße gesagt entschuldigung für das wort aber ich kann und werde diesbezüglich auch ein neues video machen und werde versuchen meine mein neues wissen da einzubringen und der alex ist daran schuld der wirklich begnadete und tolle also wirklich tolle bilder macht und wo man sich immer wieder eine scheibe von abschneiden kann an dem stelle erst mal dank so der schnitt ist ein bisschen komisch aber stört euch da nicht dran es kann halt mal passieren ich möchte noch was anhängen an dieses letzte video und habe dafür einen teil des vorhergehenden videos gelöscht ich möchte danke sagen danke für über 620 abonnenten mittlerweile danke dass ich mit einigen von euch sehr guten kontakt habe und das auch immer wieder fragen kommen bestätigungen kommen selten und das ist eigentlich auch gut freut mich selten kritische anmerkungen kommen aber insgesamt und da habe ich auch schon mal ein video gemacht das nennt sich feedback das ist da irgendwo weiter unten könnt ihr mal nachschauen halbes jahr her etwa es sind mir zu wenig anmerkungen nicht dass ich jetzt unbedingt am tag 100 anmerkungen lesen möchte aber es wäre cool wenn ihr fragen habt wenn ihr sagt hey jetzt hast du den umstieg gemacht du hast jetzt einen monat diese kamera gibt es umstiegsprobleme was gibt es für erfahrungen hast du noch irgendwas gemerkt im laufe der arbeit zum beispiel mit der sony weil ihr zum beispiel auch sagt ich ich trau mich ich möchte umsteigen aber ich bin mir noch nicht sicher ja also der der schritt den ich um ostern ja schon mal fast vollzogen hätte auf eine sony umzusteigen den habe ich ja jetzt erst geschafft und die gründe dafür es jetzt zu machen da bin ich froh drum aber der punkt ist wie denkt ihr darüber was was möchtet ihr wissen natürlich gibt es auch leute die sagen ich bleibe bei meiner canon ich bleibe bei meiner nikon wenn das eine neue kamera ist wäre das auch ziemlich dämlich diesen schritt zu tun bei mir war es aber so und ich schaue mal gerade an der canon legria mit der ich hier gerade aufnehme vorbei da hinten ist nämlich auf dem stativ meine 5d mark 2 jetzt sage ich es richtig vorhin habe ich mark 3 gesagt die habe ich nicht diese mark 2 die wird weiter als filmkamera hier bleiben ich werde wahrscheinlich auch zwei objektive aus diesem grund behalten das eine objektiv auch weil ich es an der sony manuell verwenden kann aber alles andere habe ich ja auch schon gesagt wird verkauft und das brauche ich nicht mehr das möchte ich nicht mehr ja ich möchte den teil vom tisch wo sehr viel kennen kram gerade liegt also hier möchte ich möchte ich weg haben ich möchte mich befreien von diesen was die letzten jahre so passiert ist bei mir und ich möchte einen neuen weg gehen da werde ich auch ein video machen irgendwie aber fragen würde würden mir da sehr helfen was wollt ihr gerne wissen was wollt ihr gerne sehen wollt ihr weitere makrobilder sehen also makrobilder könnt ihr sowieso sehen wenn ihr bei 500pics vorbeischaut gut ich glaube jetzt habe ich wieder genug geschwätzt ich sehe da schon wieder fast vier minuten ich wünsche euch was bis zum nächsten video ich habe schon was gedreht ob es gut ist muss ich mir noch nachher anschauen wenn ich wieder zu hause bin bis zum nächsten mal und tschüss